. Sag mal, hat's noch bei dir? Das hätte ins Auge gehen können! . . Okay, 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 okay! Ich muss schnell handeln, ich muss schnell handeln! Was kann ich tun? Ich hätte es nie für möglich gehalten, aber mir bleibt kein anderer Ausweg! Dann werde ich nun die Bomben zünden! Aber er wollte nicht hören! Er hätte einfach nur die Waffe weglegen müssen! Er hätte einfach nur die Waffe weglegen müssen! . Warum, Jason? Warum? . Und nach diesem Ereignis war Mr. Zücks' Leben nicht mehr dasselbe. Klar, er hat aus Notwehr gehandelt, aber dennoch hatte er einen guten Freund verloren. Und das brach ihm das Herz. .